so many monsters setzt die falle kein aktionspunkt na gut dann doch gehen sie ist kann ich auch auf die gleisen gehen sollte ich das machen betäubt ich auf die gleisen gegangen wird nächste runde muss noch aufpassen wenn die alle bei uns sind dann gehen die lebenspunkte so schnell runter um das noch einer plus zielgenauigkeit sehr schön so helloween spuk hat jetzt schon null punkte many monsters hat noch eine falle die packung jetzt dann schießt man immer uns das noch auf den klappt aber das gibt es doch nicht ich gehe das nicht schief angefangen jetzt das skelett sehr schön so will ich das sehen nächste runde sehr schön nein du sollst einfach nur die falle aufheben ach dann kann ich nicht mehr laufen das muss ich also in einem mit einem aktionspunkt beenden wenn ich einen aktionspunkt anfange mit laufen dann sollte ich den auch beenden also ich sollte die schritte ausnutzen sonst ist es verschenkt ja kinsie kann nicht mehr laufen und many monsters hat eine volle falle ich kann ja noch mal gucken hat kennen sie noch was hat denn die toaster kann ich auch über entfernung nein schade dann setze ich selbst die falle geht das zu wenig aktionspunkte na komm fang na da kann ich fangen ok dann eben nicht wer hat aber gesagt dass du schießen sollst ja was ist denn da hingeschossen Junge hm so bewegung und runde bänden und falle setzen und und keine aktionspunkte mehr sehr schön alle geister gefangen ich lebe aber die moral sehr schön also langsam wird es mit meinen leuten vielleicht sollte ich noch ein paar oh was ist das denn ich habe zwei anführe ok dann kann ich ja zwei teams bilden bald ja der wird ausgebildet für die nächste stadt many monsters ähm wo bin ich nochmal da ja krankenhaus fahren wir lieber mal hin ähm moment du sitzt im krankenhaus ja sehr schön ob man auch neue autos kaufen kann hm fände ich schon knorke ich habe doch habe ich nicht eben getankt ähm pause mal kurz ähm abends äh ich muss eben erst die Waffe wegnehmen ist das das Lager ne das sind Klammern anscheinend wenn ich jetzt aber das Lager öffne oder das hier ja dann kann ich das da reinpacken sehr gut so ich brauche einen Wissenschaftler auswählen könnte ich auch mal mit rausnehmen wir sollen ja nicht immer hier versauern äh so genauigkeit 5% oder Schaden ach genauigkeit und Reichweite aber das Reichweite ist nicht so wichtig und genauigkeit 5% ist ein bisschen wenig dann nehme ich doch lieber einen Schaden wie letztes Mal ja ja erforschen 7 Stunden wow sprung mal nee muss ich jetzt alleine los ich kaufe mir noch einen gut das Team steht oder er nimmt den Vacuum Cleaner er nimmt den Vacuum Cleaner nein 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 ach das ist gemein ein Geist im Computer gesehen ok rufen sie die Feuerwehr an lieber den System an den Administrator wir würden uns jederzeit selbst engagieren aber wir haben kein Problem dafür lösen wir ihres wir sind sofort bei ihnen ok da gut dass wir gerade in der Nähe waren gut dass wir gerade in der Nähe waren so ich hab noch eine Falle ach ja stimmt ich hab vorhin eine gekauft los geht's los geht's ist da auch noch ein Raum da ist doch oh da kann ich auch ich geh erstmal hier rein lichtern zu weit entfernt na gut so many monsters guck mal hier ach da ist ja schon ein Geisterchen ja ist ok kostet mich ein Aktionspunkt ist so ist ein Bücherregal im Weg ne hier kann nicht schießen jetzt bitte nicht abhauen ok zuerst er minus 3 und 4 ach die Falle hat fehlgeschlagen und da ist mein Geist jetzt kann ich aber nicht aus dem Weg gehen ne gibt's da noch eine Tür da ist doch noch ein Raum ich möchte da hin ach das ist wegen dem Fenstermodus aber hier ist nur die eine Tür naja wenn das Bücherregal kaputt geht geht das Bücherregal kaputt ey ok lassen wir das ach wie gut er kommt sowieso her gut ja jetzt bist du dran nimm das Froschgesicht ok sie schießt nur einmal rauf beim nächsten Schuss könntest du's mal mit Zielen versuchen what aber die Falle liegt ja schon noch ne ja hm sehr schön sehr schön Errungenschaft freigeschaltet ambitionierter Ghost Hunter Ambitionist ok Ambitionist no one on me ähm hier ist noch ein Geist nehmen wir die Falle mit dann gucken wir mal hier rein löscht oh da ist auch noch ein Raum und du schaust mal hm ja oh da ist er ja hm das ist jetzt aber doof ich hab nur einen Staubsauger und du schaust mal ein können sie dir trotzdem mal hier rein gucken da ist ja auch noch was oh das ist aber echt ein großes Haus hä? hab ich da was übersehen oder ist der in diesem Raum? noch sehe ich ihn nicht noch sehe ich ihn nicht ich sehe ihn auch gar nicht da muss er ja hier drin sein ja gut sehr geil der ist unter Kontrolle so die Falle nehmen wir ja nehmen wir gleich wieder mit oh oh cool finde ich gar nicht cool ähm ne den lock ich weg da brauche ich die Hilfe meines Kollegen für ja kann ich ihn noch treffen yes damit habt ihr nicht gerechnet sehr gut oh nein da ist ja noch ein ah ich hab die Falle vergessen aber nicht so schlimm ich hab noch eine ich kann die aber auch gleich na verliere ich verliere ich einen Aktionspunkt ja kann ich es mir leisten weiss ich nicht nicht hauen nicht im Sichtfeld Mist ich geh mal nur bis hier sehe ich ihn noch sehr gut hey wo hat denn der 6 ach der ist ausdauernd er hat extra Power ich steh voll in der Tür schlecht das ist ganz schlecht das ist ganz schlecht oh Manny geh mal naja dann geh mal da hin schießt du noch einmal auf ihn nicht aufregen zurückschlagen dann macht Kinsey das fast alle Geister matsche wenn ihr wisst was ich meine hm so hier machen wir mal eine ganze schießt die helft helft Untertitelung des ZDF, 2020